Jo, willkommen zu einer weiteren Runde. Team Deathmatch. Eigentlich eine... keine weiteren Runde, ne? Was geht da los? So, ich hab gerade Werbung schön eingeblendet für euch. Den Server hab ich gerade hingeschrieben. Und... Bist schon drin? Ich bin guter Dinge. Ich bin übrigens der Mitschlachten80, viele Leute, die mich nicht kennen. Das haben wir gerade beim letzten Mal irgendwie vergessen zu erwähnen. Ach ja, genau. Das ist Mitschl88. So bekannt bin ich ja dann doch nicht, dass man einfach davon ausgehen kann, dass man mich kennt, ne? Ey, warum sind die alle im Gegenteam? Komm her rüber, Mitschl. Ne, warte, ich komm zu dir. Ja? Ich bin bei dir. Ja? Ich kann aber deinen Squad, der ist nicht offen. Mein Squad ist nicht... Ah, jetzt, 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 jetzt. Ne, jetzt ist er voll. Lass mal Delta gehen. Wupp. Und rinna. Squad verlassen und beitreten. Hä? Delta. Ich bin... Lass mal ein anderes nehmen. Echo. Echo. Warte. Echo. Echo. Rinna. Oh. Da haben wir geschafft. Bringt noch nix. Oh, du hast gesehen, wie knapp das war, ne? Ja. Bringt aber nix, ne? Wie, das bringt aber nix. Oder? Bringt das doch was? Ja, dann können wir uns gegenseitig mal joinen, hier. Ah ja, stimmt. Ist ja Team. Deathmatch. Deathmatch. Ja, Squads hast du ja trotzdem. Nein! Ja. Nibla. Du bist erster Platz. Ja, klar, weil ich hier voll reingetötet hab schon. Oh, sauber. Ich lebe. Ich lebe aber gleich, wer den Heiler. Oh, ein Retterkill. Oh, tot. Oh, ne, oder? Du musst MP7 haben, die bekommt man vor der Farmers, echt. Ja, MP7 ist cool, muss ich gerade echt feststellen. Besonders im Felsstück, also wenn du wirklich auf Leute zurenst, da geht die echt gut ab. Dann probiere ich das mal aus. Ähm, ja, wer hat die denn, der Tündus-Soldat hier? Ey! Ich war gerade am Aussuchen. Ah, sauber. Moment. Boah, was geht? MP7. Hat keiner geschrieben, wer die hat. Äh, 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 äh. Also ich kann sie nicht sehen, gerade. Ja, ihr geht voll die Luzi ab. Ja, der Vergleich wieder einer MW3 als mit Battlefield 3, die kann man nicht vergleichen. WTF? Kann man schon, das ist nur Quatsch. Genau. Also ich hab sie nicht. Auf eine herrliche Runde. Unser Team hat gewonnen, Peter. Wow. Wir sind da reingekommen und sofort haben wir gewonnen. Du bist sogar noch vor mir, du Wichser. Ja, bist du schlecht. Aber eine bessere Statistik habe ich. Naja, ich hab wiederbelebt. Ich hab mich um meine Teamkameraden gekümmert. Mach ich jetzt auch. Du lässt sich einfach am Regen stehen. Immer. Ach so, MP7 ist Freischaltung, alles klar. Also bis gleich. Den Server wird es nochmal gezockt. Ja. Wir haben jetzt schon ausgiebig auf dem Server gezockt. Wir sind jetzt schon wieder halt drauf. Wieso ging das hier zu schnell? Weil er schon halb dran war, glaube ich, der Server. Ne, ich hab einen Kill gemacht und war Platz 1. Oh. Also. Oh, dann war das ein gewaltiger Kill, ne? Also wenn die Runden jetzt immer so lange sind. Geiler Server. Geile Sache. Toller. Toller Spaß. Also hab ich die Farmas, die MP7 noch gar nicht. Wie schlecht bist du denn? Ja, ich bin noch nicht so hoch am Level. Welchen Level bist du? Tausend. Ich weiß es nicht. 18 oder so? 20? Oh. Ich weiß es gar nicht. Ein normaler Upload dauert so 20 Minuten. Ja. Aber du hast ne 5 Bar, ne? Ja. Ja, aber mir dauert es ein bisschen länger. Ich hab ne 2er. Achso, ja, okay. Da, da warte ich, da warte ich schon mal gut und gerne mal so 40 Minuten oder so. Für nen normalen 15, 16 Minuten Part. Na, das ist Arsch. Also ich hab keine MP7. Kann ich gucken und hab ich nicht. Na? Hab ich nicht. Dann nehm ich wieder meine eine Waffe hier, die ich gerade auch hatte. Die ist schön. Sind wir immer noch im Squad? Jao. Jao, Mann. Jao, Mann, tot. Bei Shakes and Fidget heiße ich Pinefy. Also wie Penis, nur am Ende halt Fy. Ausgeblendet. Moin Gott. Ich geh vor dir. Moin Gott. Vielleicht hab ich auch noch gar nichts gemacht hier. Ich dachte, du bist voll schlecht. Du bist voll weit unten. Ja? Du willst nur, dass der Druck steigt. Klar. Ey, ich lass mich jetzt nicht schon wieder von der Panzerfaust, die umnupen. Also ich lieber jetzt von jemandem so umnupen, aber nicht von dem. Umnupen? Umnupen. Oh, die brauchen nen Heiler. So. 300 Punkte, Mann. Hey. Da oben ist die ganze Zeit einer mit der Panzerfaust. Panzerfaust. Okay, jetzt hab ich den Sterben sehen. Das ist ein bisschen besser. Fühl ich mich auf jeden Fall tot zu nützen. Haha. Aber nur ein bisschen. Oh. Ich liebe es, wenn dein Plan nicht funktioniert. Oh, schon wieder falsch gedrückt. Oh, nochmal falsch gedrückt. Selbstmord. Ma. Penis. Ich werd mal was trinken. Ne, warte, ich hab noch. Ne, da hab ich noch was drin. Ey, ich bin am trinken. Da könnt ihr doch nicht auf mich schießen. Seid ihr fertig? Ey. Die scheiß Niederhaltung immer. Was, ja, Niederhaltung? Niederhaltung? Ja, wenn du da nen Schuss abkriegst, dann bist du ja da voll benommen. Achso, das ist Niederhaltung? Ja, voll einer von... Jetzt versteh ich, was das ist. Hilfe bei Kehl durch Niederhaltung. Da wird der schön gebämmt. Da rein und tschüss. Weiß warte, ich verschleich mich jetzt von hinten. Achso, MP7 gibt's im Koop hier. Den hab ich noch nicht so weit gezockt. Ohne jetzt zu spoilern, aber Deadship und ich sind noch nicht so weit gekommen. Ach, guck mal, da hat schon einer nachgeguckt. Siehste, der hat Ahnung. Ich brauch nur 344 Punkte. Das ist doch mal schön. Ey, was ist denn hier los? Maa, das ist aber jetzt echt ein Letztfeld. Warum hab ich denn das eigentlich gewechselt? Guck mal, ich muss so weit nach unten scrollen. Ich hab noch keinen getötet. Und wo bist du, Mitchell? Ah, ich seh dich. Komm mal zu dir, ne? Ich neile mich nicht hier. Hör mal. Hör mal. Ich muss doch mal einen töten können. Ah. Geil. Service da. Ja, für euch. Ich seh gerade gar nichts. Wow. War einer. Und gemessert worden. Und Ende. Das ging mal flott. Ja, wir haben verloren. Verloren. Die. Die. Penis. Aber warte. Komm, einmal noch so eine Runde und dann wechseln wir mal wieder ein Server. Machen wir mal Metro oder sowas. Hör mal. So, jetzt kann ich dir auch mal sagen, wie viel Level ich hab. Glaube ich. Kann ich das? Wo bin ich denn hier? Level 3. Level 19 bin ich. Du bist Level 32. Was willst du mir denn erzählen? Ja, aber ich hab die Koop-Mission noch nicht gemacht. Peter, du bist voll schlecht. Du bist Level 32 und ich bin vor dir. Mit dem Level hat nichts zu tun. Ne, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Das ist dein Alter. Ach ja, stimmt. Ich hab langsamere Reflexe, ne? Ne, Peter, du alterst immer schneller. Ja, letztens bist du ja erst 30. Ach nee, 31. 31. Guck mal, jetzt bist du schon 32. Das geht ruckzuck. Ach stimmt. Ich muss mich den Level zum Battlefield anpassen. Ja, tut mir leid. Jetzt kann ich nicht mehr zocken. Halt dich mal zurück. Das ist auch, weil du gerade in der Runde davor, ne? Also wo das so Kopf an Kopf war, dann so übertreiben musst. Metro. Metro. Uh. Also ich find's gut. Mir gefällt Metro. Team Deathmatch Metro ist noch cooler. Tsch. Das hast du ja gemacht. Tsch. Natürlich, äh, ja, ja, meine Cola aufgemacht. Ah, gut. Tsch. Tsch. Metro? Das ist doch nicht Metro. Das Metro draußen, oder was? Piep. Komm, ich nehm jetzt mal Gamos, nehm ich jetzt. Schon drin? Ja, ich bin schon drin. Du auch? Ne. Ich bin schon zweimal gestorben. Nein. Genau. Hier ist das Medikit, Mann. Die Geräusche darf ich leider noch nicht hören. Das dauert noch. Oh, oh, oh. Komm jetzt. Komm schon. Komm, komm, komm. Gib alles. Komm, komm, komm. Peter hat wieder unnötig Vorsprung. Nein. Ich hab da nur ne Claymore schon mal hingelegt. Für alle Fälle. Antworte für dich vom Thema in Schiff. Da nennt sich schon Antworte für dich. So wie erst rechtlich antworten. Nein. Ja, genau. Kommt um die Ecke und schießt einem. Ne, doch nicht. Der stand da schon länger. Verdammt der Scheiße, wir verlieren, sagt der noch. Ja, da hat er gerade gesagt. Und ich denke, muss irgendwie ein bisschen optimistischer an die Sache gehen. Ja, aber was ist denn los mit denen? Was ist denn los? Wenn man mit so einer Einstellung hier reingeht, also da kann ich leider nur sagen, Düt. Düt. Das geht so nicht. Chat-Modus ausgeblendet. Ne, ich will keine Gameboy. Ich will dazu meinen. Heute ist Sturmsoldatentag. Tut mir echt leid. Aber nur, weil ich mir mit schön mithalten will. Oha. Guck mal, wer ist denn Platz 1? Ja, du hast ja auch gescheatet. Ja, ich war auch schon 10 Minuten vorher auf dem Server. Ja. Alter, die ficken uns hier. Lasst euch doch nicht ficken. Ui. Gegner. Oh fuck. Hey, die halten einfach nur rein. Ist das zu fassen? Guck mal, wer ist Platz 4? Wer ist Platz 4? Mit dem Chat kann man, wenn man H drückt. H. H wie Heino. H wie Ananas. Wie Hude. Wie Hude und Sohn. Hey. Hey. So eine Scheiße. Ah ja, wer sich wundert, mit wem ich hier rede. Außer mit Mitchell hier. Wir sind gerade im Livestream. Also nicht wundern, hör mal. Oh, da fällt mir ein, ich brauche unbedingt noch, ähm, wie nennt es sich? Kills mit dem Raketenwerfer. Ich glaube, das ist hier eine geile Map dafür. Oh, bietet sich an. Oh, ich geh jetzt mal in dieses Haus hier rein, das ist schon richtig geil. Hm, ich glaub, die warten da schon auf dich. Machen wir mal so. Ja, sauber, weißt du, die Türen gehen nicht kaputt von der Eingangshalle, voll dumm. Oh, du bist rumgespammet, da ist aber irgendwie scheiße. Hey, mein Gott, ey, das ist doch. Gott, wir haben die Hälfte geschafft. Wir schaffen auch noch was? Oh, leg dich doch hin. Ui. Nein, oh, Penis. 69 wollen nachjoinen, ja komm, gleich nehmen wir nochmal einen 64er-Server. Richtig rumgespammet, oh Mist, wäre eine Raketenwerfer vergessen. Raketenwurfer. Oh Mist. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Also ich sterbe hier die ganze Zeit hardcore rein, ey. Ist doch nicht, was du da machst, aber... Ja, auch nicht so viel besser, wie ich ehrlich bin. Aber wenn ich jetzt hier... Mist, ich kann ja gar nicht hier warten, ihr wisst ja, wo ich bin, ne? Die sehen mich ja im Stream, oder? Nein, ich muss uns retten. Ich muss auch 14 Kills machen. Klima hat verloren. Ne, ich schwöre mal montags. Also... Ich bin vor dir. Okay, ich mach jetzt mal einen Server nochmal mit 64 Leuten. MP7 Laserpoint hab ich freigeschaltet, ja. Also bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.